Neue BFFS – Meghan Markle bekommt Tipps von Victoria Beckham Neue Heimat, neue Freunde! In London muss sich Meghan Markle, 36, vermutlich erst wieder einen bekannten Kreis aufbauen. Doch in Victoria Beckham scheint die Verlobte von Prinz Harry bereits eine enge Vertraute gefunden zu haben. Zumindest in Sachen Schönheit und Kosmetik sollen sich die beiden Frauen ziemlich gut verstehen, wie ein Insider nun gegenüber der Sohn verriet, Meghan freut sich wirklich sehr über Schönheitsstipps und hat ihr auch zu verdanken, in London neue Freunde kennengelernt zu haben. Die frühere Suits-Darstellerin vertraue ihr und schätze ihren Rat, erklärte die Quelle weiter. So soll ihr die Desenerin zum Beispiel auch geholfen haben, einen passenden Friseur zu finden. Untertitelung des ZDF, 2020